willkommen leute natürlich bin ich auch dieses jahr wieder auf der gamescom wie eigentlich so ziemlich jedes jahr und selbstverständlich können wir da auch eine art kleines treffen veranstalten leute und das ist nicht die einzige möglichkeit wenn ihr mich irgendwie sehen solltet auf der gamescom ist das kein problem für mich wenn ihr mich anspricht also ihr braucht nicht schüchtern zu sein leute das ist überhaupt kein thema ich werde von dienstag bis freitag auf jeden fall dort sein das ist klar und am donnerstag um 14 uhr das ist jetzt allerdings erstmal so grob geplant würde ich ein treffen zwischen halle 5 und halle 6 veranstalten merkt euch das einfach mal und ansonsten werdet ihr von mir auf jeden fall immer wieder mal auf dem discord hören ja das ist ganz ganz wichtig leute das ist so die kommunikationsplattform wenn es um solche dinge auch geht da werde ich immer wieder mal was posten dann im zwischenstand geben auch natürlich in bezug auf das treffen falls wir es irgendwo anders hin verlegen kann ja sein dass da gerade eine unglaubliche masse ist oder was weiß ich oder ihr wisst ja wie das ist oder beziehungsweise die es nicht wissen viel spaß mit den vollen hallen das ist immer so ein bisschen eine sache ich hoffe ja dass das wetter stimmt auf der gamescom das könnte übel werden mit unserem super heißen sommer hier das ja mit dem schönen heilen klima da wärmt sich alles auf leute aber egal jedenfalls ihr wisst bescheid 14 uhr zwischen halle 5 und 6 ist allerdings noch nicht hundertprozentig verbindlich wie gesagt einfach discord aufsuchen und dann läuft die sache auch irgendwie ich will das auch relativ kurz halten wenn das video seht bin ich tatsächlich schon unterwegs nach köln allerdings auch weil davor noch die def com ist vor der gamescom die knüpfen man nahtlos aneinander an und da gibt es eben vorträge von entwicklern und was weiß ich das ist auch sehr spannend aber wie auch immer by the way also am pressetag vor allem ist mir natürlich am liebsten wenn man mich anspricht also das heißt jetzt nicht dass die anderen tage schlecht werden aber erfahrungsmäßig ist es so dass man einfach am besten sich zeit nehmen kann am dienstag das ist so natürlich jetzt mal abgesehen von dem festen termin für den donnerstag denn das ist ja von mir auch ganz fest eingeplant also leute ich hoffe mal man sieht sich ich will so oder so gucken dass wir das systematisch vielleicht ein bisschen größer bekommen in zukunft mal sehen ich hoffe mal dass immer mehr leute zusammenkommen jedes jahr das wäre super geht mir auch darum immer mehr eine große fe community aufzubauen und genau aus dem grund wäre es natürlich toll wenn immer mehr leute auch dahin bekommt leute ich wünsche euch natürlich ganz viel spaß auf der messe für alle die da sind und alle anderen wünsche ich viel erfolg dass es in zukunft klappt ansonsten ja natürlich wird naht der gamescom ein vlog folgen und ich habe noch ein paar andere tolle dinge eingeplant aber alles dann im entsprechenden die log leute also seid gespannt was da auf euch wartet und ich würde dann sagen bis bald leute vielen dank für die aufmerksamkeit